Ich glaube nicht, dass es keine Form von Climbing gibt. Es ist alles gleich. Es ist ein Bewegung. Es ist eine Inspiration. Ja, Bern hat eine WM. Berni, was möchtest du dazu? Ja, Bern hat eine WM. Was hältst du von Kletter-WM? Ja, nein, im Ernst. Alle waren einfach so, so viel. Komplettlich aus den Regeln, Regeln und Regeln. Es ist so eine pure Form von Climbing zusammen. Das ist wirklich cool.